Hier nochmal ein bisschen Werbung für eine 5.8. Quarza-Sommernacht in Kirchdorf in Tirol. Wer bin ich? Ich bin Clownpeper, ihr seid Oktober 2022 in St. Johann und ich bring mit am Samstag Zauberei, Ballonmodellage und ein bisschen Kindermusik. Und ich zeige dir jetzt mal einen kleinen schönen Zaubertrick. Also, gut aufpassen. Wir haben das magische Buch aus Italien. Und wenn ich da jetzt dran puste, ist das Buch komplett leer. Siehst du das? Wer jetzt nochmal puste, dann haben wir Bilder im Buch. Beim dritten Mal pusten sind die ganzen Bilder einfach ausgemalt. Und ja, ich habe noch mehr Kartentricks. Magische Karten, auch aus Italien. Superschön, super toll. Und die verstehen groß und klein. Also, ich freue mich auf dich am Samstag in Kirchdorf in Tirol. Servus!